Die Hosen-Roll-Germ! Rein, Sie! Wo ist mein Star? Oha, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? In dieser Szene reinkst du ein Wäldezimmer-Eingrückung. Okay, und wo sind meine Reinigungsmittel? Da oben was zum Fisch. Verstehst du denn nicht? Du bist das Reinigungsmittel. Wir trainen! Robespot Schwamm 2.0, Teg 1. Oh nein, Ihr Badezimmer sieht ja katastrophal aus. Reinigen Sie es schnell und gründlich mit Schwamm 2.0. Putzen ist ein Klacks mit Schwamm 2.0. Waschbecken und Armaturen. Sehen Sie nur, wie das glänzt. Schwamm 2.0 schafft selbst hartnäckigste Verschmutzungen im Nu. Auch Ihre Dusche ist ein Fall für Schwamm 2.0. Haha, sehen diese Fliesen nicht aus wie neu? Aber das Beste ist, Schwamm 2.0 bringt den Glanz auch in jede Toilette. Ich mach das nicht! Tut mir leid, ich bin wohl nicht fürs Schauspiel geboren. What? Du hast gesagt, du bist Profischauspieler. Bin ich aber nicht. Ich bin ein Bürgerbrater. Nichts anderes bin ich. Und nichts anderes werde ich je sein. Tut mir leid, wenn ich Ihre Zeit verschwendet habe.